ok ok planlos geht der plan los hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ARK Survival Evolved Ragnarok es begrüßt euch der Metallaffe Hallöchen Puppechen und Milena ja schön dass ihr wieder dabei seid ich will euch erstmal was zeigen und zwar unsere Wasserleitung hier unsere grandiose Wasserleitung die vom Meer aus uns versorgt mit dem essentiellen Element ja ist das nicht cool hier ganz fachmännisch hingezimmert und jetzt was man kann genau und jetzt haben wir nicht mehr das Problem dass wir hier die ganze Zeit runter rennen müssen sondern wir können hier direkt aus dem vollen schöpfen genau aus dem Wasserhahn trinken das ist richtig cool aber wir wollen jetzt da hoch zu den Skorpion genau ich will die truhe da oben und irgendwie habe ich auch treibgut da oben gesehen also das müssen wir doch jetzt eigentlich reißen oder vor allem so ja lass die lady wahl ruhig zu fuß gehen nee ich wollte dich fragen willst du zu reiten gerne oder hier nee nee lass mal okay dann lauf zu man ja jetzt war's okay ja wir wollten eigentlich Metall sammeln gehen das machen wir auf jeden Fall auch noch okay ist auch gar nicht so eine gute Idee weil der hat kaum Ausdauer ich komme schon nicht mehr vorwärts mir geht es auch eigentlich nur darum dass das wir das für die Skorpione glaube ich besser mit dem erledigt bekommen ich gucke mal ob ich den gerade irgendwie leveln kann kann ich tatsächlich wenn ich mal ein bisschen Ausdauerskill okay ich habe beim letzten mal auch schon Ausdauer und Gewicht genommen aber hm er ist halt nicht dafür ausgelegt ja das war so das ist echt schon gut gut schnell muss ich sagen ne das war so meine Idee ja das ist auf jeden Fall ja oder du oder du stellst ihn halt auch gleich auf Angriff und kommst auch runter je nachdem es könnte nämlich tatsächlich sein dass er schneller ist wenn er alleine ist ja das kann sehr gut sein hast du recht na vielleicht wir gucken erstmal oder soll ich mal vorreiten und gucken ich weiß nicht also ganz ehrlich also meine Überlegenschancen sind höher auf dem Ding als bei dir wenn du jetzt vorrennst ja eigentlich müssten wir auch mal ausprobieren wir probieren das mal eben aus ich habe eine Idee magst du einmal ganz kurz also absteigen aber oben drauf stehen bleiben achso warte ja ey cool warte und jetzt setz dich mal wieder hin mhm mal gucken ob der mich runter wirft ah wie geil hahaha das ist ja cool warte mal ich rüste die Armbrust aus ich hoffe nur obwohl ich kann dich ja eigentlich gar nicht treffen geht ja gar nicht ne 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 eigentlich nicht aber ich aber ich kann mit mit der Armbrust von hier oben nicht so richtig gut okay mal ein bisschen langsamer genau ja wie cool guck 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 hier waren die auf jeden Fall ja ja die waren aber ganz links um die Ecke weil man da nämlich auch hoch kann ja okay ganz langsam warte mal kurz warten weil der keine Ausdauer hat ich glaube ich sehe da schon einen oder das ist ein Blatt was ich kann natürlich auch sagen das ist ein Blatt hier oder ein Skorpion was warte warte nicht so schnell nicht so schnell OMG ach so du meinst da siehst du da die Blätter ja die wackeln so deswegen sieht man das leider nicht ähm Schatten oh ich sehe das schon ich fahre gleich hier runter okay okay ich sehe nichts siehst du was ne echt ich sehe ich nichts ja dann lass uns mal hier so weiter schleichen wie sie sehen sehen sie nichts ansonsten da ist die Ruine ja da müssen wir ja hoch da ist der Weg hoch und da kommen dann auch die das Treibgut ist da auch oben und die Truhe der ist schon erschöpft schon wieder der muss kurz warten ja dann guck mal hier wir haben Zeit 360 Grad ist hier nicht von hinten es ist hier gerade so dunkel du musst die Augen aufmachen nein wir stehen so weit im Schatten aber mach nicht so schnell okay oh Gott oh Gott hier passiert nichts ich bin ganz aufgeregt ich glaube hier kannst du absteigen hier ist oh da ist sogar Treibgut oh das hatte ich doch gesagt ach so ja hast du äh ich bin auch so aufgeregt so du kannst absteigen ich trau mich nicht ich steck ich steck ab okay so ich geh mal hier hoch wow oh was für ein Kao was für ein Kao wie cool das aussieht guck mal hier mit Blümchen und so wie so ein Hochzeitsbogen hier ich guck hier grad eher nach Thronen und so aber hier ist gar nichts das ist die einzige hier oh nein ich hab grad gefiffen warum oh ich hab ein Holzschild bekommen toll wegen dem Holzschild sind wir jetzt hier hoch gekommen naja aber sieht es trotzdem es war sieht aus wie so ne alte echte Kirche oder so und dann ich weiß nicht aber irgendwie fehlt mir hier immer noch die Kiste hier muss irgendwo noch eine Kiste sein deshalb also eigentlich weiß ich auch das hier irgendwo ein Tool oder irgendwas ist weißt du oh was ist das oh da da spawnt gleich was ein Lilanist äh äh ich vergess nochmal den Namen ist ja cool im Container ich hab auch grad gedacht was ist das denn für ein Gegner das ist ja cool da warten wir würde ich sagen oder aber ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung ab welcher Stufe der ist hm ich auch nicht ja wir warten eben kurz bis das Teil runterkommt und dann sind wir uns wieder oh ich glaub das Ding ist mittlerweile runtergekommen yes ich würd mal sagen ich trau mich dann mal zu Fuß runter naja viel Spaß beim sterben zu freundlich ja so mal gucken was da drin ist ok nein Level 35 ich hab erst 32 na ich bin ja noch niedriger ich bin Level 24 oder so ach Menno ach Menno toll naja macht nichts wir haben da oben die schöne Aussicht genossen ok von daher wird das wohl schon ok sein nimmst du mich ein Stück mit ja spring auf du musst kurz abschneiden du musst kurz abschneiden aber du musst kurz absteigen ok ok danke so diesmal reite ich vorne mit so geht das jetzt oh das ist so cool jay juhu oh was für ne Aussicht ist das cool ist das cool der rocker und seine rocker lady im Ledergewand im prähistorischen echt eigentlich müsste ich jetzt die Perspektive einmal drehen aber hier steige ich kurz ab aber ist klar der kann sowieso schon nicht mehr hier wieder der ist schon wieder k.o. wir dürfen nur nicht vergessen den gleich wieder abzuholen weil der folgt keinem von uns ach so ist die langsam es sei denn du hast es oh hier ist Metall cool das können wir direkt mitnehmen ne also ich hab das nicht an hier sind auf jeden Fall weit und breit keine Gegner Leute also es gibt keine Action in dieser Folge cool ja sieht eher schlecht aus ne aber da ist auf jeden Fall Metall am Start sehr cool oh ich kann mich schon nicht mehr bewegen oh wo ist der Trinzveratops so oh mein Gott im Schneckentempo stein kannst du ja stein kannst du ja aus dem Inventar werfen dann bist du vielleicht ein bisschen leichter ja so viel stein habe ich jetzt gar nicht abgebaut ach ich musste sowieso doch du baust doch immer stein ab oder mit Metall zusammen ja ja aber ich hatte noch die ganzen Beeren und das alles das muss alles raus und weißt du die Stimbeere da habe ich jetzt gelesen die ähm nimmt die Benommenheit also wenn man davon was im Inventar hat und daran denkt wenn man betäubt ist die sich rein zu pfeifen dann also wenn man jetzt von einer Schlange oder so ah cool wenn man von einer Schlange betäubt worden ist dann nimmt es die Benommenheit ja immer frei also ich würde wahrscheinlich eh nicht dran denken aber weißt du wie ich meine ja 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 aber es ist natürlich cool das ist nämlich genauso mit den äh mit den Stimulantien die man hat weißt du die du dir machen kannst dann mit den Stimbeeren das ist dann glaube ich nochmal ein bisschen stärker als nur die Beere alleine ja so ich habe jetzt hier gut 70 mal Metall ja das ist cool dann müssen wir nochmal gucken was wir jetzt noch herstellen können 91 mal cool so viel ist das gar nicht mehr was wir herstellen können jetzt mit unserer Stufe aber wir sind glaube ich jetzt schon richtig gut gerüstet dass wir vielleicht ja keine Ahnung wir müssen uns mal überlegen was wir machen können oh jetzt noch mehr Metall wo bist denn du ich bin hier auf der anderen Seite vom Felgen hinten oh nein oh gott jetzt habe ich kurz gedacht ich bin ich überladen das ist natürlich blöd so das sag ich jetzt auch so jetzt muss ich mal kurz äh man sieht das leider nicht aber von Weitem sieht das hier aus wie ein Gesicht zeige ich nachher nochmal von unten soll ich dir was abnehmen ich bin grad auch hier warte mal ich glaub naja es wäre eine coole Idee ich hab 127 mal Metall am Start ich bin ein bisschen dezent überladen ok ich schmeiß es nur nicht runter ich versuch's ich wirf's jetzt hin alles kann ich aber sowieso nicht nehmen ne ja der war witzig das wirst du überladen ich die kein Gewicht äh warte ich schmeiß Stein noch raus und die Bären ähm ähm oh oh wie kommen wir hier überhaupt wieder hoch na ich glaub einmal lass uns einmal rumlaufen hier wie ne wie ne Großmutter bist du langsam oh echt voll die lahme Schnecke ok du Schnecke so wo ist denn jetzt hier unser Tri unser Motorrad ach da hinten warte mal ist das auch noch Metall oh schlechte Idee was denn jetzt nö alles gut nö alles gut ich dachte nur grad ich komm dann gar nicht mehr zum Triceratops oh ja komm mir entgegen spring auf Schnecke ja ich muss mich einmal kurz leer machen aber doch nicht hier vor den Zuschauern also so ja also ich würd ja mal sagen Metallbeschaffung war jetzt irgendwie total easy oder so geht los ab geht die Luzi aber ich glaub wir haben jetzt halt auch einfach schon alles ja find ich richtig cool gleich den Ofen anschmeißen ich wollt eh einmal rein mhm die Bude ist ja jetzt eingerichtet ja ähm ich muss mal kurz warten hier der muss schon wieder der hat schon wieder keine Ausdauer ok also ich glaub ich geh doch zu Fuß ich brauch auch eigentlich glaub ich noch Holz ich bin genauso schnell kannst du eigentlich noch was mitnehmen ist sein Gewicht schon voll oder kannst du noch was mitnehmen ich glaub ich kann noch was mitnehmen der ist gar nicht so gut dann nehmen wir ein paar Bäume noch mit unterwegs vielleicht können wir ja dann die Rampe fertig bauen nach vorne ok warte obwohl ich glaube der farm das nicht so besonders viel Holz sonst mach ich das eben ich mach mit der Axt und dann passt es schon ja dadurch dass ich das so ein bisschen höher gestellt habe habe ich jetzt auch schon hundertmal zusammen sie kann dann nur schon direkt nicht mehr laufen ne ne aufsteigen wollte ich jetzt nicht so ich hab auch schon wieder schon gleich überladen hundert ja super ok dann können wir das mit den Pfeilern nämlich gleich gleich noch ausprobieren ok kochen können wir ja noch nix ne schon ein bisschen voll warte mal guck mal ob wir dem hier folgt ja also ich kann mit dem bisschen jetzt noch laufen kochen könnten wir schon schon was wir könnten schon aber ich das kippel was wir jetzt kochen können das brauchen wir gar nicht mehr ja wir haben ja schon den teradon diese flugsauer die haben wir schon und die anderen sachen die man damit jetzt also sehen kann die die anderen anderen sachen die anderen saurier ja die brauchen wir nicht ok aber ich werde mal gucken für was man dieses parasaus einnehmen kann für welches kippel ist natürlich werde ich gleich mal googeln so ich habe bis jetzt hier noch gar keine anderen dinos gesehen also wir müssten dann uns schon irgendwo hin trauen naja und wenn wir jetzt sowieso keine bessere rüstung kriegen dann sollten wir das vielleicht auch einfach mal machen ok aber ich gehe jetzt erstmal kurz mit euch rein keine ahnung das dauert da hinten wohl noch ein bisschen wir sind auf dem weg so man sieht hier auch irgendwie so gut wie gar nichts ja ich habe ein bisschen eingerichtet und so ganz schick hier aber so richtig viel wollen wir jetzt natürlich auch nicht machen weil wir wollen hier auch nicht ewig bleiben obwohl ich muss zugeben dass sie echt 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 chillig das echt schön ja und wir haben auch wasser hier oben und alles wo vorsicht vorsicht tracks was mit ihm ja genau nicht dass er hier die klippen runter stürzt ja also jetzt ist es natürlich richtig cool jetzt wo du hier das wasser hochgezimmert hast und so das war übrigens auch eine geile aktion aber ich habe die aufnahme nicht mehr weil wir die aufnahme lief so lange und ich habe die nicht ausgemacht ja bis wir ausgemacht haben und dann war die dann einfach weg ich bin nämlich hier noch mit mit materialien bin ich hier dann noch so runter gerobbt und so das war richtig lustig aber die habe ich leider nicht mehr okay so jetzt können wir hier auf jeden fall ich weiß gar nicht pfeiler bauen und so ich habe jetzt aber gar keinen pfeiler im endgrem frei glaube ich holz feiler ich habe alles ausgemacht das holz lege ich in den hier in den schrank wo ich gerade bin ah ok genau da rein achso achso warte mal wie heißen das teil einfach nur holz feiler ich glaube ich weiß gar nicht glaube ja ich glaube den habe ich noch gar nicht freigeschaltet hm ich glaube der heißt ja hatte ich wirklich noch nicht freigeschaltet hm ok wo ist noch senorita ja deswegen dachte ich ja wir können jetzt noch was kochen weil ich glaube wir können da draußen nicht wirklich rum robben das ding ist ich müsste erstmal gucken wie die warte mal ich habe jetzt holz reingelegt ja holz habe ich auch noch ein bisschen ja warte mal dann werde ich mal direkt gucken wie das kippel geht was meinst du wie viele brauchen wir was meinst du wie viele wie viele holz feiler oder brauchen wir nur eins damit er die die plattform platziert nein ich würde schon zwei drei machen ok parasaurus kippel so also wir brauchen das muss ich gerade mal ich mache schon mal das feuer einfach an damit sie ein bisschen heller ist jedes mal wenn ich den schrank öffne ist dunkel wir brauchen auf jeden fall wasser ok wir brauchen mais einmal mais ein paar saurusei wasser zweimal majobeere also die lidernen beeren einmal normales fleisch rohes fleisch und dreimal fiber also sprich fasern soll ich dir mal was sagen und weißt du was man mit diesem kippel zähmen kann ich bin raptor sehr cool also ein wasserschlauch reicht ja na ich würde lieber zwei reinpacken du wirst ja warte mal das hatten wir doch hier auch irgendwo eingepflanzt genau ganz außen die gärtner hier sieben mal mais ja allerdings ist das hier nicht mehr gedüngt wir sollten das mal demnächst düngen ja damit das wieder gut wächst alles in den kochtopf ja alles in den kochtopf ja kriege ich hier noch kochen aber noch das feuer noch das das vorwärts uns das wasser verdampft ok tatsächlich so da muss ich jetzt nochmal nochmal überlegen was hattest du noch gesagt fasern auf jeden fall fasern aber da brauchen wir nicht viele von und welche beere die mayo die mayo beere oh das sind die lila die lila ne beere einfach ja kannst du bei trex gucken nach der lila ne beere oh die trexen jetzt habe ich zu nah am feuer gestanden gerade habe ich gehört wie du geschrien hast so ich weiß gar nicht wie aber irgendwie war das wohl so so hatte der jetzt noch beeren ja ja ich hab schon ok super weil hier die truhe ist zwar voll mit beeren aber nicht mit denen die wir brauchen ok juhu wird jetzt schön lecker was gekocht so das war leider nicht für unsere egal aber wir haben wasser wir haben die beere wir brauchen noch einmal hohes fleisch guck mal hier rein ja wir haben uns übrigens dazu entschieden dass ich die den haushalt schmeiße so fleisch rein und jetzt noch das parasaurus ei okay und dann können wir unser erstes Kibbel kochen kann ich mir das eigentlich auch mit angucken dann probieren ich weiß es nicht ok ich lass kurz es ist nur so dunkel wenn ich das aufnehme ich würde einfach sagen ich mach das rein und du gehst dann rein in den du kannst mir sagen ob du das Ei dann auch siehst das parasaucei im Inventar vom Topf und wenn ja dann siehst du das mit dann ist das mit auf der Aufnahme drauf dann kannst du zugucken ich mach mal den Ofen hier auch mit an das ist hier so dunkel ok sonst so warte jetzt das parasaucei rein was die Lina gefunden hat vor der Hütte ja und super kann ich alles sehen mach an ich schmal so an so ding 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 das dürfte gar nicht lange dauern ich bin jetzt mal nicht drin im Inventar vom Topf ok also ich hab das jetzt gerade auf ich hab's ja echt geschafft irgendwie frag mich nicht 45 Folgen arg und ich hab nicht einmal Kibbel gekocht hahaha oh das darfst du aber nicht sagen ist ja in Ordnung aber für die höher leveligen Dinos es ist einfach echt super das Zeug ja glaube ich auch auf jeden Fall das war bei mir alles immer so unorganisiert so ein bisschen verpeilt und ich wollte dann nicht wieder zurück gehen wenn ich die Tiere dann mal gefunden habe ja das hast du jetzt gesagt was denn das war so unorganisiert und verpeilt ja ist ja auch nicht schlimm hat man jetzt nicht aber wie gesagt wenn man jetzt so den Anspruch hat höher levelige Dinos zu zählen dann ist so ein Kibbel schon nicht schlecht wenn man das nicht dabei hat weil das geht dann einfach super schnell und man muss nicht ewig und drei Tage da warten ja denn gerade die höher leveligen da ist man dann schon mal gut anderthalb Tage mit zähmen beschäftigt ich weiß nicht ob man da hoch den Bock hat ja ich habe ja mal angefangen Spino zu zähmen das war echt hardcore ohne nichts ich hatte nichts dabei hab das allererste Mal in Argentavis gezähmt und bin eigentlich nur kurz mit dem los und bin dann auf den Spino getroffen und hab gedacht versuchst du mal kurz und dann ist er auch echt noch umgefallen aber die Benommenheit von dem man braucht ja irgendwie glaube ich wenn man das mal googelt braucht man 600 Bären oder so und frag mich nicht wieviel Narkosemittel ach ja 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 das war richtig schlimm und der ist dann einfach aufgestanden und dadurch dass ich ihm vorher aber schon so viel Schaden zugefügt hab ist er dann einfach abgehauen also der hat mich auch nicht mehr angegriffen ja aber war lustig auf jeden Fall ok ok ich bin grad am gucken also hier ist noch nichts vergessen haben ach so warte mal hier steht hier steht dass man auch gekochtes Fleisch reinpacken kann ich versuch's mal mit dem kochten Fleisch aber irgendwie ja im Lagefeuer ist eventuell noch was drin oder sogar auch in der Räucherkammer in der Räucherkammer? oder ich leg einfach meins kurz rein ja also da braucht ein eingekochtes Fleisch pack mal noch mit rein eigentlich nimmt er sich dann das was er braucht auch also hier werden irgendwie ja hier gibt's ja leider keinen Fortschritt oder so dass ich jetzt sehen kann wann der jetzt mal fertig ist ich würde sagen wir warten kurz und dann sehen wir uns gleich wieder wenn das fertig ist oh ja jetzt ist es soweit es war wirklich das gegrillte Fleisch was gefehlt hat sehr cool sehr cool alles klar also gute Sache da ist es sehr cool das kannst du dir jetzt einsacken alles klar alles klar das mach ich jetzt haben wir auch die die Nacht hier über die Runden das nehmen wir und packen das erstmal in den Schrank dann hält sich das nämlich länger ok ich mach mal einen neuen Ordner da steht ein Kibbel ok du musst sowieso dran denken sowas mitzunehmen und Narkosemittel und so ein Kram weil ich bin da irgendwie raus ich geh einfach wieder ohne los alles klar ok ihr Lieben und dann würde ich sagen wir werden uns jetzt erstmal hier von euch verabschieden genau hoffen natürlich es hat euch Spaß gemacht und vor allen Dingen ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei schreibt uns gerne was in die Kommentare schreibt uns gerne was in die Kommentare Däumchen wären Träumchen und schön mit Ö tschüss